Was ist die Industrie-Revolution? Wir steuern in einer industriellen Revolution. Das Internet- und Cloud-basierte Dienste werden eigentlich unser Privatleben, aber auch das Geschäftsleben extremst verändern. Was will unser Kunden? Der Kunden will überall, zu jeder Zeit, mit jedem Gerät auf seine Daten und Applikationen zugreifen können. Es gibt eine absolute Vernetzung. Die Welt wird immer intelligenter. Gegenstände werden intelligent. Das ist das Schlagwort Internet of Everything. Und das braucht natürlich, damit das auch passiert, braucht es eine hervorragende Infrastruktur. Und das ist eigentlich genau das Geschäft von Swisscom. Aufbau von extrem guten Infrastrukturen. Und dann eine Lösung darauf zu bringen für unsere Kunden. Wir sind in einem faszinierenden Geschäft. und seine Schlüsselbranche, damit sich auch die Schweiz wettbewerbsfähig entwickeln kann.